ich muss ich werde hier nicht die maps die ist nicht so gut weil wahrscheinlich wird das game schneller um sein als mir lieb ist ich habe durchgemacht ich habe jetzt seit zehn stunden gespielt und von der zweiten gunmark von 85 jetzt auf kurz vor dritter und moin vorstadt folgt hier grüßt dich einen wunderschönen guten morgen ich bin also ich bin jetzt von der zweiten auf die dritte fast auf die dritte ich bin kurz davor und wenn du jetzt wenn du glück hast bist du lebst du erlebst du live dabei wenn ich es jetzt wohl oder auch nicht ich probiere es jetzt auf jeden fall mal das wäre vielleicht läuft es leute drücken mir die daumen nach gehe weg weg ja schilder mich schilder mich schilder mich die so ist schon in position ich krieg zuschuss ne die zuschießt nicht auf mich okay was machst du denn hallo was soll das hallo hallo paid actor oder ja jodel die scheiß lorraine komm okay dummes stück scheiße von lorraine checkt das nicht mal kann man so dämlich sein wie kann man so dämlich sein sorry lorraine also das ist mir schon wieder das ist mir schon wieder zu blöd ja hoffentlich stirbt die lorraine ich hoffe dass sie noch stirbt weil sie zum reload ist so blöd ist so blöd kann man nicht sein oder so blöd kann man nicht sein so blöd kann man nicht sein einfach nur hast du jetzt ein he schuss bekommen vom kbz du bist auch so dämlich das ist auch nicht verkraft ja geh sterben von dem scheiß shit buckler oder kbz schießt der auch auf mich jetzt hier mit seiner he zweimal durch die gunblende oder nicht durch die kann also neben der kanone das ist lucky dass ich das gepennt habe das lohnt sich nicht wow mit einem schuss zwei mitglied zwei crew mitglieder und high roll okay dafür kille ich ihn jetzt dann lohnt sich's halt doch alter nur weil ich ihn einmal okay deckt er tschüss ach nö du blödes arschloch jetzt kann ich nicht mehr hier stehen die art die schießt alle paar sekunden ja gut wenn ich jetzt wieder mit zwischen wieder one shot halt ne bin ich wieder one shot für alles diese kack arty muss da doch und die sue ne die hat mir einfach durch den turm auch mit und dann noch zwei mitglieder rausgeballert bin leider one shot für alles das ist so kacke wieder kostet in diesen pay deck das du für mich konnte ich habe ihn ja nicht richtig gepennt ich habe ihn nur getrackt und das hat niemand gejuckt hätte ich den ganzen track assist bekommen dafür ach man da oben ist ein progetto den ich jetzt vielleicht beschießen kann bitte geh einfach weg lass mich komm geh weg jetzt ich will dich nicht ich will dass du einfach stirbst geh weg jetzt danke aber ich wollte dich doch aber nur dein damage und jetzt geh weg super noch ein pay deck da ey ich dachte der schießt mir jetzt ins engine deck rein ich meine von oben schiebt pennt er mich halt ah free damage der pay deck da man das hat mich gerade gerettet eigentlich wollte ich ihn nicht aber der damage den nämlich trotzdem costa was sagst du zu meinem heavy tank gameplay skills ich bin besserer heavy tank gamer als du und ich wette der aimt hier ab der 703 das ist interessant dass ich hier aufgehe oder von dem da oben ja doch von dem ok 8 zu 6 aber wenn ich hier wieder pieke ist die arti war gespottet ne die muss die muss probleme haben gerade wieso ist rot jetzt ist da oben wieder einer am durchfahren ich hab den t den dingsbombs da gesehen diesen ähm t32 da hab ich gesehen da oben da ist er ach ich komm nicht ran spottet mich halt nur die arti ist offen finally denkt ihr der 703 ist immer noch hier eingeaimt ne gut dann kann ich ja move'n jetzt oh 94 7 let's go oh spot nein kein spot für mich was macht denn der jetzt was macht der bz was macht denn der was macht der jetzt den jodeln oder fahr zurück bitte komm ich muss jetzt gleich weg hier wegen dem naja den gesprengten turm ich muss wow 94 9 let's go komm final clip ich muss jetzt einfach diesen ah irgendwas was 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 hat noch hp der brennt ab ah der t der t der geht auch drauf oh ne und wo der rheimetall der ist auch mhm ok final clip leute irgendwie zwei schüsse noch dann bin ich durch ja nice der hat den gekillt wo ist der eh der rheimetall ok zwei shots let's go zwei shots ich könnte das game sogar damit noch wegschmeißen ne wenn der rheimetall mich killt jetzt zwei shots der bz wärs gewesen wenn ich den zweiten schuss gemacht hätte richtig aber wo ist der rheimetall man ich meine ich mich riskiere jetzt ne ich sterbe oder dann sterbe ich wenn ich sterbe dann sterbe ich ist der nach rechts abgebogen der 703 oder nach links vermute nach links ist der nicht wie der match 94 9 da ist der andere yes oh ich hab ihn noch gesnappt alter boah zehn stunden hat's gedauert von 85 auf bitte schmeiß den baum um danke ich will einfach nur sehen wenn der da oben piekt und boah zehn stunden hat's gedauert von 85 auf 95 zehn stunden ziemlich genau wenn man jetzt noch die pausen zeiten und ich hatte auch noch ein replay angeschaut und was für ein snapshot ich musste halt den snapshot machen ey ich hab schon also ich meine du kannst eigentlich fast nicht snapshotten aber ich meine ey wir haben den full hp tnh und wir kämpfen hier jetzt muss ich aber gucken nicht dass der t3 und dingsbums noch runter kommt ach komm egal dann sterbe ich halt wir sehen ob der jetzt zurückgefahren ist oder nicht weiß er so den nehme ich auch noch ich dachte schon der wäre ja eh zum dicappen gekommen so jetzt aber bleiben wir im cap den musste ich noch nehmen was ist matt was ist was ist los was ein fremder ist nur ein freund dem du noch nicht begegnet wirst aber was ist das jetzt schon wieder gleich oh nee das ist zu viel rage hm oh nee das schauen wir uns nicht an ey ich weiß schon was das ist nee nee das gucken wir nicht an ey da bin ich ja ausgerastet weil ich da wieder alleine ich hab dann übrigens noch tausend Assists bekommen blind auf den einen anscheinend aber egal ja und wie hast du dich gefühlt wie hast du die Situation beurteilt ja jetzt erstmal gucken wir uns das hier an 4000 damage gemacht und sonst nix draußen geblockt kein Spot aber alter auch die maximalen paid actors wer war denn der kpz der so da rein geballert ist der hier ne ach den habe ich schon mal den habe ich übrigens schon mal reportet den hatte ich schon mal ja 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 ja